Jetzt nur auf DVD, die Fuck You Goethe Fanbox. Hallo Hübschen, hallo ihr Hässlichen, macht euch keine Sorgen, bald kommt ihr in die Kuppertee. Alle drei Filme und über 197 Minuten exklusives Bonusmaterial. Ein, ein, no. Schalt hinter die Kulissen. Und erlangt exklusive Einblicke. Wie, wie muss deine Traumfrau eigentlich so aussehen? Frag für einen Freund. Die Fuck You Goethe Fanbox, jetzt auf DVD. Dann meine süßen Euro, ah Frau Tänze. Die Fuck You Goethe Fanbox.